Yo, Leute! Willkommen zu einer ganz speziellen Folge Minecraft Clash Royale. Wir spielen heute mit Nick. Hi, Na. Ja, und ich habe eine richtig, richtig coole Web aufgetrieben. Und zwar spielen wir heute in Minecraft Clash Royale. Ja, und zwar erstmal, hier sind alle möglichen Arenen irgendwie aufgebaut hintereinander. Und zu diesen Arenen gibt es natürlich so einige Mob-Spawns sozusagen. Die können wir uns angucken. Zum Beispiel gibt es hier den King Tower. Ja, gut. Sponsor mal bitte. So, hier ist der King. Hier ist die Princess. Okay, bei mir wagt das ein bisschen rum. Aber auf jeden Fall sind hier die zwei wunderschönen Knaben schön verkleidet. Und es gibt wirklich alle möglichen Sachen. Also es gibt hier wirklich alles. Alles mögliche. Ich finde das mega cool, dieser Mod. Hier ist zum Beispiel der Bomber. So irgendein Skelett mit einem TNT in der Hand. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Und hey, auf mich abzuschießen. Auf jeden Fall, es gibt alles mögliche. Nick, du kannst da mal ganz kurz die Dinger da oben spawnen. Hier gibt es nämlich auch diese Riesen. Ach, die da oben. Die Giants, genau. Jetzt zieht euch das einfach mal rein. Und der ist sogar verkleidet. Und der zweite. Ja, das ist einfach mega cool. Leider kann man die nicht in der Arena benutzen, sondern halt nur hier irgendwie zum Zeigen. Also hier kann man sozusagen die ganzen Sachen machen. Von Arena zu Arena wird es halt immer mehr. Wir haben uns heute überlegt, dass wir in die erste Arena gehen und gegeneinander fighten. Das heißt, wir machen das genauso wie ein Clash Royale. Wir haben drei Minuten Zeit. Und müssen sozusagen die Tower vom Gegner abbauen. Hier gibt es sozusagen vier Stück. Wir müssen dann sozusagen innerhalb von drei Minuten mindestens sozusagen link oder rechte Seite abbauen. Und halt die zwei Beacons in der Mitte. Und dann hat man gewonnen. Wir haben dafür ein paar Items zusammengelegt. Und zwar einmal hier ein Schwert, beziehungsweise ein Dolch, einen X-Bogen mit einem Pfeil. Dazu noch den Zerstörer. Das ist eine Spitzsack, wo wir das halt abbauen können. Ein paar Tränke. Das ist der Freeze-Trunk, der Rage-Trunk und der Porsion-Trunk. Und dann haben wir noch Steaks zum Essen, einen Leiter, damit wir schon hochkommen. Und ein paar Fireballs, damit wir gegebenenfalls den Gegner anzünden können. Ich würde sagen, Nick, bist du bereit? Oh, lustig. Drei, zwei, eins, go. Drei Minuten haben wir Zeit. Wenn es niemand schafft, der hat es niemand geschafft. Und wenn es einer schafft, der hat ja gewonnen. Und Alter, Nick, hör auf direkt damit. Hier ist übrigens Flamme drauf auf den Bogen. Und oh mein Gott, ich sollte dringend meinen Porsion-Trunk nehmen, weil damit bin ich resistent gegen Feuern. Fuck. Falls ihr irgendwie mehr davon sehen wollt, auch noch in den anderen Arenen, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben verlassen. Alter, kann es nein auf. Oh, perfekt. Weil hier gibt es richtig viele Arenen, also wirklich ultra viele. Und die könnten wir alle durchspielen. Also falls ihr das wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Und... Oh, nein. Oh mein Gott, war knapp. Als ob, als ob, als ob. Du kleiner 31er, du kleiner 31er. Warum wird meine Rüsen nicht angezeigt? Du kleiner 31er. Nick, Nick, äh, 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 äh. Doch, doch, doch. Hau auf. Ey. Stopp. Ich wollte gerade so einen Gegen-Rush-Startern. Ich habe völlig vergessen, dass wir in der 1.9 sind. Ich schlag dich die ganze Zeit so richtig behindert. Oh, das ist halt. Ich denke so, Alter, warum stimmt der nicht? Auf einmal so voll der andere Kampf einfach. Ey. Ey. Ich glaube, wir haben echt so krasse Rüstung. Verlierst du irgendwas? Ja, also du... Ich habe schon ziemlich verloren. Ey, geh weg. Warte. Nein, 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 nein. Und jetzt wasch ich bei dir. Ah, ah, ah. Okay, okay, okay. Mal gucken, mal gucken. Und... Und... Bam. Erster ist weg, Alter, Nick. Nein. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, Nick. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Oh, nein. So knapp, okay. Komm her. Blöd, Mann. Ein Tower ist schon mal weg. Eine Minute, 20 Sekunden sind schon vorbei. Wir haben noch eine Minute, 40. Nick, hör auf damit. Ich muss dich schlagen. Geh da weg, geh da weg. Geh weg. Ey, 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 ey. Okay, warte mal. Ich muss jetzt irgendeine gute Taktik mir überlegen. So, ich geh jetzt zu den anderen Tauern, probier sie irgendwie hier wegzumachen. So, zack, 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 zack. Und... Oh Gott, hier geht's, glaub ich, gar nicht nach oben so gut. Oh Gott. Nick, geh da weg, geh da weg. Oh mein Gott. Ein Tower ist down. Plastin. Verdammt, verdammt. Ich muss dringend was essen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich verliere langsam Herzen. Schlechtkeitsdrang nehmen wir einfach mal ganz kurz den Freeze-Tauber. Okay, und... Oh, es geht los. Okay, jetzt geht's los von der Seite hier ran. Oh Gott, hör auf damit, Nick. Okay, ich versuche auch, deinen King Tower abzubauen. Oh Gott, oh mein Gott. Soll ich dir vielleicht nicht sagen. Ich muss nicht mehr so viele, ich muss nicht mehr so viele. Ja. Mal gucken. Und? Nein. Hast du meinen abgebaut, genau? Ja, ich auch bei dir. Dann würde ich sagen, stirbst du jetzt einfach mal eine Runde? Nee, würde ich nicht sagen. Oh Gott, oh Gott. Stell dir vor, man könnte hinten rumgehen bei Clash Royale. Und... Also, ich vergesse die ganze Zeit, dass wir 1,2 spielen. Das ist völlig komisch, weil ich habe ewig die 1,9 gespielt. Und diese ganzen Maps gibt es halt nur für die 1,9. Und ich war gerade auch richtig mit dem Schlagen. Wir haben noch... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben nur noch 40 Sekunden Zeit. So, komm, hier hoch. Und, und, und. Bitte, bitte, bitte. Zack, zack. Ja. Bam. Nein. Ich habe gewonnen. Nein, du hast ja den King Tower abgebaut. Oh mein Gott, ich habe gar nicht nachgedacht. Wir haben uns gedacht, weil die Runde eigentlich relativ schnell vorbei war. Wir machen einfach nochmal das Gleiche. Und ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei Minuten haben wir Zeit. Und wir haben diesmal unsere Rüstung ein bisschen, ein bisschen schwächer. Die ist nur noch auf Schutz 1 und auf Schutz 2. Also davor war es auf Schutz 4. Und ich glaube, das war ein bisschen zu crazy. Alter. Alter, kriegst du abzufahren? Ja. Und zwar richtig. Ja? Ja. Aber ich glaube, du wirst sterben. Ich glaube, du wirst sterben. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ey. So. Fuck. So. So. Hä? Nein. Stürbst du mal? Nein. Stürbst du mal? Nein. Nein. Nick, stirbst du mal? Ich habe wirklich nur noch wenig Herzen. Gerne. Stirb jetzt. Ah. Wenn man Essen voll gemacht hat, dann regeneriert man voll schnell. Richtig. So. Nick, geh aus meiner Landschaft hier weg. Aus meiner Landschaft, aus deiner Base. So. Ey, 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 ey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nick. Jetzt soll ich den Kerner. Jetzt soll ich den Kerner. Mann, dieser Bogen. Nein, nein, nein. Der ist hier so komisch. Nein. Ich habe ihn sogar im Flug noch fast abgebrochen. Oh, Franz. So. Alter. Geh zurück in deine Grube. Wie viele Herzen hast du noch? Drei. Alter. Okay, gerade machst du richtig viel Schaden. Okay, okay, okay. Ich muss essen. Soll der auch mal was essen? Alter. Ich habe immer noch drei. Digger, wie viele Herzen hast du denn? Drei. Ich habe die ganze Zeit drei Herzen, weil ich immer regeneriere. Oh Gott, ich soll jetzt auch was essen. Dringend, dringend, dringend. So, Nick. Nein. Oh mein Gott. Ich bin tot, ich bin tot. Jetzt muss ich ganz schnell beeilen. Oh mein Gott. Nick, Nick, Nick. Runter da, runter da. Oh. Nein. So. Geh weg. Geh weg. Nein. Wir haben nur noch eine Minute dreißig. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Okay, ich habe dich. Okay, jetzt geht es richtig los. Jetzt geht es richtig los. Nick, wo bist du? Ey, ich bin unten in meiner Grube. Alter, hör auf. So. Ich verteidige das. Ey. Ja, ja, ja. Ich habe dich eingebaut. So, tschau, tschau. Lol. Fuck. Ja, ja, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nick, Nick. Das war ich für dir. Okay, warte, warte, warte. Wir haben uns gerade noch eine Minute fest. So, hab den ersten und. Pum. Okay, Nick, Nick. Nice. Nein, 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 nein. Oh. Runter da, runter da. Ich habe... Lol, ich hatte den einfach mit dir schon abgebaut. Als ob. Als ob, Nick. Ja, dann klingt er aus dauernd, würde ich sagen, Franz. Nein. Als ob. Nick, geht er weg. Oh mein Gott. Geh er weg. Geh er weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Rage, 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 rage. Jetzt, jetzt rage ich richtig. Jetzt rage ich richtig. Nein, 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 nein. Und? Dein Tower ist... Nein. Als ob. Ich dachte, der ist schon down. Wir haben nur noch drei Sekunden. Geh in deine Grube, Franz. Geh du in deine Grube. Leute, Leute, Leute. Jetzt muss ich es probieren. Komm. Das ist meine letzte Chance. Das ist meine letzte Chance. So. Ich nehme mir Rage. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Noch 20 Sekunden. Warum kannst du dich nicht hinten? Warum kannst du dich hinten? Nein. Als ob du mich erfolgst, Mann. Als ob du mich erfolgst. Als ob du mich erfolgst. Ich konnte dich nicht hinten. Als ob du mich erfolgst. Als ob du mich erfolgst. Ja, ja, brenn ruhig. Geh weg. So. Alter. Nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, das artet im Gleichstand aus. Nick, nick, nick. Nee, nein, 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 nein. Das artet im... Im Sieg aus. Gewonnen. Oh, nee, nee, es ist schon vorbei, es ist schon vorbei. Hallo? Doch, sechs Sekunden. Alter, es war Gleichstand. Arsch. Gut, Leute, falls es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Falls ihr die nächsten Arenen sehen wollt. Ich kann es ja mal ganz kurz anteasern. Falls ihr die nächsten Arenen sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine Positivereitung da. Oder schreibt einen Kommentar. Würde mich mega freuen. Da würde ich gerne drin spielen, Franz. Was ist denn hier los? Da würde ich auch gerne drin spielen. Auf jeden Fall. Geiles Video. Falls ihr das beim nächsten Mal, bzw. eine weitere Folge sehen wollt. Lasst auf jeden Fall eine Positivereitung da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Guckt auf jeden Fall auch bei Nick vorbei. Bis dahin. Ja. Macht's Gerutert. Tschüss. 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 Tschüss.